Seidheben, liebe Freunde, mit Terraman. Geil! Dann nimmst du der Terraman. Du gehst mal so, steigst in der Mitte drauf, es reicht ein Bein, dann nimmst du die beiden Bänder überkreuz, stellst die Gerad hin, jetzt schnell die Knie in den Passiv, stellst die Gerad hin, wickelst das Terraman einmal drumherum und jetzt lenkt man, du hast zwei Cola-Flaschen unterhalten. Und was machen wir mit Cola? Ja, wegschütteln, weil es fett macht. Und du stellst sicher, dass dein Daumen immer nach oben zeigt und der Ellenbogen nach oben und läuft!